Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Bioshock Infinite. Wir sind hier noch gerade hier am durchgammeln hier. Schauen wo was ist und dann auf dem Weg zum dritten Riss. Wir haben hier wieder unsere Lady Comstock zum zweiten Mal gegrillt. Nachdem sie irgendwie meinte, hier wieder einen Haufen Leute aufstehen zu lassen. Ich bräuchte echt noch ein bisschen Munition. Es gibt ja normalerweise Munition direkt wo die Tante erscheint oder nicht. Hier gibt es hier noch hoffen Nebenräume, die man durch Suchforsten kann. Waren wir hier nicht schon mal? Sieht ziemlich irgendwie bekannt aus. Ja hier waren wir schon mal. Verwirrendes Level Design. Ganz ganz verwirrendes Level Design. Gedrückt halten, nimm Schießeisen. Achso, ne ne ne. Schießeisen will ich nicht. Und das Ding will ich hier auch nicht. Ich will vielleicht mal nach hoch schauen, aber die Treppe geht glaube ich hier hinten hoch, oder? Ja hier geht die Treppe hoch. Hier liegen auch wieder einen Haufen Fotoraum. Gesundheit. Genau Gesundheit. Hätte ich gar nicht Glück gebrochen. Nice one. Dieses Börsten. Ne das brauche ich nicht. Ist sonst irgendwas interessantes hier oben? Ne. Das ist einfach nur sag das. Ah nein doch, hier geht es rein. Hier waren wir aber auch schon. Ach das ist wieder der Gang. Gott ey. Man peilt ja keine Sau. Ah das ist dieser Aufzug? Okay. Den haben wir vorhin schon gesehen, oder? Ne haben wir nicht. Ah hier können wir uns noch kurz wieder auf. Munitionieren. Wo ist unser tolles Dingsgewehr? War das das nicht schon? Ne das ist das Teil was wir haben wollen. So. Werden wir auch wieder voll. Wir haben so 4200 jetzt schon. Und noch mehr. Okay jetzt. 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 Jetzt stinken wir vor Geld. Äh. Können wir wieder hier fahren? Fahren wir mal hier. Komm. Push der Bart hin. Bereich verlassen. Auf geht's. Zum dritten. Dritten Teil der. Der tollen Sachen hier. Wojör der Bank des Propheten. Die Bank des Propheten ragte wie ein Tafug einfach. Okay. Ähm. Ach hier sind wir wieder. Ah Müllton. Mülltonen sind wieder gut befüllt. Oder? Nein. Sind sie nicht. Bild ich mir nur wieder ein. Die Dinge habe ich schon gesehen. Ja. I look back at the opening day. Dann lassen wir das Zeug mal da sein. Wie es aussieht. Äh. Muss hier noch irgendwas tolles. Nein. F. S. F. Schreibstisch los suchen. Muss hier noch irgendwas tolles hier hinten. Ah. Tasche. Und mit noch mehr Geld. Wir werden immer reicher. Und Müssli-Riegel. Ja. Da Müssli-Riegel. Hm. Ich mag leckere Müssli-Riegel. Ach. Hier sind wir wieder. Lack. Ah. Hier. Ah. Hier läuft sie. Da lang läufst du also. Okay. Dann laufen wir wieder hinterher. In der Hoffnung, dass wir irgendwie. Ah. Stimmt. Hier hinten wäre noch diese zwei Verkaufsautomaten. Dann können wir mal gucken. Wie wir das Ding jetzt aufwerten gehen. Würde ich mal sagen. Äh. F. Dings da machen. Gibt es hier irgendwas Neues hier in diesem tollen Laden? Äh. Magazin. Ziehengröße des Feuernhagels. Haben wir einen Feuerhagel? Ist das die Waffe hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Mal gucken. Was passiert, wenn wir das Ding kaufen? Ich glaube zwar nicht, dass es die Waffe ist, aber... Man kann es ja einfach mal versuchen. Äh. Ne. Das Ding benutze ich nichts. Auch nicht. Ach genau. Salvengeschütz. Das ist es, was wir benutzen. Das um 100%. Dann hätten wir jetzt... ...echt hart viel Munition für den Schmarrn. Salvengeschütz. Haben wir noch irgendwas für Salvengeschütz hier? Schadensboot ist Salvengeschütz. Nehm ich jetzt auch mal mit. Größerer Radius für das Salven. Das ist ja voll die gute Waffe dann. Würde ich mich verarschen. Das ist ja dann... ...echt so ein Feuerhagels. Ne. Das Ding nicht. Schnelleres Nachladen. Nein. Nie. Auf Schluss. Nein. Schadensboot ist Salvengeschütz. Dann haben wir jetzt echt ne fette Waffe. Okay. Dann schauen wir mal nach. Das ist doch hier das Salvengeschütz, oder? Es ist ihr zuhause. Wer, wenn nicht sie, soll es... 24 Schuss. Holy shit, Alter. Die haben ja nochmal hier sowieso nochmal 50% mehr rein. Wo haben wir so ein Salvengeschütz? Wie viel Moni können wir das nehmen? 48. Wir können es zwar nur zwei Jahre vollladen, aber mit... So wie es jetzt ist, ist das Ding ziemlich... Imba bimba. Ja, aber hallo Imba bimba. Okay. Ah, Silat steht schon wieder weiter. Sehr schön. Wieso war hier gerade ein so lustiges Wassergeräusch? Reclaimed for the people of Kodam. Ja, den Spruch hatten wir schon mal. Die stehen erst auf, wenn man hingeht. Das ist mir noch zuvor nie aufgefallen. Wenn man weit genug weg ist, dann... Lassen sie ihren Kopf hängen, oder was? Na wursch. Ah, reiche. Oh, eine Banane. Haben wir die nicht schon? Oder ist es echt so, dass es irgendwie nach einer Zeit runter geht? Wo ist die langgeladen? Welche Banner? Achso, diese ganzen Dinger sind hier von den Boxen. Aber was ist denn hier unten überhaupt? Das schreit eigentlich danach, dass hier unten was Besonderes sein könnte. Wenn man hier so unter der Brücke rüber gehen kann. Aber hier ist echt nur Salz. Das ist fast enttäuschend. Das ist echt voll lustig gemacht. Also vom Design her. So was kann man echt öfter machen. So, wo ist unsere Freundin schon wieder hingegangen? Vom N. Hier lang. Komm. Ah, hier sind wieder die Dinger. Leiche durchsuchen. Das ist schon wieder ein Leiche. Ah, jetzt geht es hier hoch. Ah, hier geht es nur noch rechts. Und wo sind wir denn jetzt schon wieder? Das ist echt... Hier ist so viel Scheiß. Ah, hier. Da rein. Have you photo taken? Hier. Ich bräuchte hier Hilfe. Das ist alles? Keine große Herausforderung. Das Ding habe ich vorher gar nicht gesehen. Bist du in der Blinzrad vorbeigelaufen? Oder war das Zug geschlossen? Ah, das wäre sogar direkt hier. Das ist am Eingangsteil. Aber erstmal trotzdem wieder... Ah, Fotograf ist noch mal aufmachen. Oder über Woche. Hier, die haben eigentlich auch schon gepackt. Zum... Direkt zum Abhauen. Ah, noch mehr Kohle. Noch viel mehr Kohle. Dann schauen wir, was dann hier gleich ist. Was verkaufen die denn hier? Schrotflinten. Ne, ne, ne. Ah, hier ist noch was irgendwas. Mehr Geld. Oh, ich habe mein Geld ja voll dezimiert. Mit dem Einkauf. Für das halbe Geschütz. Also weh, das ist jetzt nicht übergeil für diese fetten Teile. Jetzt hänge ich da hinter dem Stuhl fest. Ah, was? Gefallen dir die Bildchen? Ja. Oder das Gestänge. Wieso gefällt dir das Gestänge? Bist leicht bekloppt, meine liebe Elisabeth. Alter, das ist schon ein Riesenfass. Kann ich... Kann ich da reinspringen? Nein. Ich kann nicht rein. Ich will in das Fass rein. Da ist ein Brief drin. Na gut. Dann schauen wir uns mal dieses Ding hier an. Weil mehr scheint hier in der... Ach, das ist mir auch hier raus. Nicht drin zu sein. Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erholtet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. What the fuck? Also, das war irgendwie dieser Kerl, der die Fotos von Luteßes Leichenfotos gemacht hat. Schauen wir mal, was er noch zu labern hat. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Luteßes etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Luteßes? Wann? Gestern. Gestern Morgen. Rupert, sie sind seit sieben Tagen tot. Ja, seit sieben Tagen sind sie tot. Und... Oh, wir kriegen wieder Besuch. Von da drüben, du bist doch ein Penner, ey. Ach, einmal so. Ach, da vor mir steht die Tante ja schon. Gott, ich weiß, ich weiß uns gerade. Oh, Gott. Ach, das will ich wieder am abkratzen hier. Was soll denn das machen? So, ist mal das neue Seil, wenn ich jetzt auswählen. Okay. Ist doch besser als gedacht. Hier inzwischen. Ja, das Leif hilft immer. Ich bin total schlecht. Eier. Hey, beleidigt mich nicht. Okay. Ich bin irgendwie total schlecht, wenn es darum geht, mit dem Teil weiter zu schießen als zwei Meter. Okay, dann. Wirst du jetzt ganz hart dran glauben müssen. Denn ich werde es euch ziemlich hart weg verletzen gehen. Stirb, stirb, komm. Du lädst nach. Der einzige, der hier gefährlich werden kann, ist er da hier in der Ecke. Ach, das ist noch einer von diesen Leifengeschütz-Heinis. Okay. Aber ich hoffe, die haben jetzt ein bisschen Leifengeschütz-Hein. Er hat nur einen Kaffee. Ah, wieso auch nicht, ne? Scheiß, Dreck. Also hier war meistens irgendwo noch Leifzeugs versteckt irgendwo, oder nicht? Ich meine mich hier daran zu erinnern, dass hier eine Kiste war, die man sich holen konnte mit Leif drin. Und der Kerl, der hier hinten oben stand, der ist, das war einer von den Jungs hier, oder wie? Okay. Ah, der hat jetzt einen Apfel. Das bringt wirklich so minimal was. Ah, Deckung. Deckung für Gegner, die neben mir spawnen, ey. Ihr seid mal wieder solche Helden. Ach, genau. Genau, unter dem Teil da war Leifzeugs. Ach, nimm's nicht so schwer. So ist Leifengeschütz. Mal wieder nachladen, wo ist das denn? Ja? Nein, bist du nicht. Elisabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, Das hat niemand auf der Welt verdient. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. So ist das, ja. Musst du nie wieder zurückgucken? Hast du dein Rückspiegel? Kerl, so kommt es doch zurück. Okay, dann schauen wir mal, ob jetzt uns die Mrs. Ghost-Dings hier das Ding aufmacht. Was geht denn jetzt wieder verkehrt mit der Panda? Das ist die Selbstheilung, aber gut. Wieso legen hier Bomben rum? Alter, ich hab sie erst halb tot. Ah, scheiß Dreck hier. Ich bin, glaube ich, schon ein bisschen zu fertig für heute. Wo zum Tafel bin ich jetzt heute? Ah, hier hinten. Okay, Moskito, das hört sich nach einem guten Plan an. Komm, stopp, stopp, blöde Schlampe. Das gibt's nicht, Mann. Das sind so viele Gegner. Das Problem ist, die hebt die die ganze Zeit auf. Das ist total scheiße. Und ich hab nur 16 Schuss, mit denen ich hier starten kann. Komm. Na, komm, halt auf. Komm, die hauen echt gut rein, die hier in Stumpfens werden. Komm, ich muss hier den Gefallen. Ich mag das nicht. Nice. Aber ich bin fast tot. Ich hätte lieber ein bisschen Life gehabt. Gibt's hier nicht irgendwo Life zum holen? Oida, komm, lecken wir am Arsch hier. Das muss das Kito-Ding. Das muss man hier fast die ganze Zeit holen. Ja. Ja. Jetzt bin ich schon wieder verreckt. Alter, das ist doch kacke. Alter. Das ist total wichtig. Ich hab jetzt echt das dicke Salben geschützt schon hier. Und... Wie viel Life hat sie überhaupt noch? Ja, einfach viel zu viel Life. Da hat schon wieder einer stets hier vorgelaufen. Ey, wüsst nicht. Ey, die Hammer auch so dicke Geschütze. Ey, kacke, ey. Was verfehle ich denn? Ich will es auch noch. Das ist doch... ...voll behindert. Der hab ich nicht. Und wie ich halt... Drei Schüsse mit dem Salben geschützt... Ich dachte, ich hab das bis zum Kotzen aufgewertet. Den da brauch ich. Der hat Zeugs. Äh, und... Wo ist das Salben geschützt? Okay, rennen wir also wieder Amok. Oida, wüsst mich total verarschen. Das ist nicht mehr verkehrt. Elizabeth. Aber klar. Komm, direkt alle da drüben. Ja, halt die Presse da hinten. Nachladen. Ja, hat sich da schon super Plan an. Okay. Komm, wieder Moskito nach. Komm. Komm, wieder Moskito nach. Komm, wieder Moskito nach. Ich will das versuchen, dass... ...da oben ist. Ich... ...kanz... Ey, wo... ...Molizier auch noch... Cool, dann muss ich jetzt nicht einklaufen gehen, wenn ich mich hier zum Milizieren holt. Hier ist es... Hier ist es gar nicht schlecht. Hier muss ich... ...echt immer noch... ...coole Fettkirchen raus suchen. Fuck. Ey. Okay. Okay, dann haben wir mal wieder keine Emotionen. Dann gehen wir uns mal wieder welche holen. Also Gott sei Dank hier gar nicht schlecht, dass... ...das hier hinten dieses Ding ist. Und ich glaube, so toll ist das Nachkaufen von Zeugs hier auch nicht. Oder? So. Ah... Plus das Halbengeschütze, wie so behindert positioniert ist. Ach... ...Dollar. Für so... ...behindertes Zeug. Voll hart kaputt. So. Also wieder da hoch. Und weiter auf unserer... ...Lady Comstock ballern. Ich hab's manchmal noch... Ah, komm schon. Lass alle ruhig da hinten. Ach so, hier. Okay. Ich mache echt... Erst wieder euch fertig, die hier vorne stehen. Habe ich mich selber angeschossen mit dem Ding, oder was? Komm, Mosquito. Das ist echt... Das ist echt viel kombinieren schon. Damit es irgendwie sinnvoll packbar wird. Alter, komm schon. Ich hab schon wieder keine Munition mit... ...die wir wieder kaufen. Das ist ja eher Geld rumgegraz. Gott sei Dank habe ich grad hier wieder so eine behinderte Stelle gefunden, wo man... ...das Ding ziemlich gut verarschen kann. Ja, komm ja schon zurück. Ich geh jetzt wieder hoch und baller weiter auf dich. Weil ich hier oben ziemlich kippt finde. Ja, schau. Kriegst du voll auf die Fresse. Jetzt habe ich aber langsam echt die Schnauze voll von dir. Komm. Jaaa. Ein Hof darauf, dass sie tot ist. Behinderte Lady... ...Lady... Komm, Fick, ey. Äh. Jetzt geistert's hier irgendwie das Ding hier rum. Ist ja ganz toll. Kann ich hier noch kurz nachladen gehen, nachdem ich... Jaaa. Du schuldest sie an irgendwas. Wie ist das? 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 Ich bin nicht der Basta seines Mannes. Ich bin sein Opfer. Aber meine Tage als Opfer sind vorbei. Wir müssen uns verzeihen. Denn einer ist viel schlimmer... ... als du... ... oder ich. Der Prophet... ... hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Jo. Das stimmt. Warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen. In der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Ba ba bam. Das Special Effects klingt mir echt fett aus. Boah, sie hat uns das Ding aufgemacht. Danke. Gut. Also... Dann sind wir jetzt hier schon im Comstock Haus eigentlich da, oder nicht? Gehen wir mal kurz hier noch rein. Komm. Wir treten das Comstock Haus. Okay, dann machen wir das noch. Damit hätten wir jetzt halt ja... ... endlich mal so ein bisschen Dings... ... Hintergrundstorys zu den ganzen... ... Mädel wieder dazu. Ich schulde ihr Mädchen noch was. Wenn das bedeutet, dass ich sie bezahle... ... statt dem Mann in New York, dann soll es so sein. Gut. Dann sind wir ja fast da. Aber ich glaube wir machen wieder eine Pause. Und... ... denken über das, was wir hier praktisches gerade gesehen haben. Ich glaube das... ... lass ich mir in der nächsten Folge nochmal richtig auf den Kopf gehen. Ich hab da immer genügend Zeit wieder, wenn wir da oben fahren. Bis dahin, einen wunderschönen guten Tag.